Liebe Weltwirkunde, mein Name ist Pascal Vogt-Hurber und ich bin Medium und Bestsellerautor. Ich stelle euch heute mein neues Buch vor, Zünde dein Inneres Licht an. Hier drin wirst du erfahren, wie du mehr Erfolg, mehr Liebe, eine harmonische Partnerschaft und einfach mehr Zufriedenheit in deinem Leben erreichen kannst. Ich hoffe, dass dir auch mein Buch helfen kann, dein Leben vielleicht noch in eine andere Richtung zu bringen. Viel Spass beim Lesen und einen ganz schönen Tag!